Ist kein schwieriger Kampf. Hat nur dummerweise nicht rechtzeitig geheilt. Das ist alles. So. Dann einmal bitte voll heilen. Dankeschön. Und das ist die falsche Richtung. Damit. Hier geht es lang. Bist du da vorne. Das ist der optionale Weg. Habe ich das gerade richtig gelesen? FP Gravitas. Ihr Schweine. Entschuldigung, ich weiß das sind Würmer, aber trotzdem ihr Schweine. Hier ist nichts weiter. Letzte Kiste. Und natürlich noch ein paar Hüpfer. Zwei davon. Oh Gott. Ehrlich jetzt? Oh Gott. 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 Und ich roll auch noch mitten in das Flair rein. Wow. Das war Schaden. mal gucken auch nicht wirklich was an schaden lassen wir das also sand jetzt kennt sehr schön nämlich die rettung erhielt sich schon daran kümmer dich um deine eigenen probleme speicherpunkte ich wollte gerade speichern geht doch wenn du willst kannst du richtig aufmerksam sein warum hast du dich so schnell wieder umgedreht genau wusste dass du mir beim speichern gegenstände aus der tasche ziehen willst warum bist du so fricking er zieht da die strippen im hintergrund triefeuer mal eins halten ja 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 ich habe ja höhenvoller wunder die tiefe ruft was 15 fünf ja okay aber erst mal ein bisschen was und noch eine nachricht die unter wasser aufzusuchen wo es von bösartig bestien nur so wimmelt wieder die gleichen schreie wie bei der letzten mission diesmal steht aber keine kiste direkt so erledigt hier oben haben wir die sackgasse mit der kiste für sprint ich stehst du eigentlich natürlich bist du im feuer vorher ja 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 jetzt werde ich mich mit dem flieger drücken um prügeln eigentlich nicht wenn ich mal ganz ehrlich bin eigentlich will ich hier lieber fliehen gerade das ist mir zu dumm das wie ich das war so klar ja 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 alter du tust ordentlich weh du bist ich bin dankbar für egal wie wo was ist jetzt nicht dein ernst spiel ok choco betritt let's go so 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 ist echt komisch wenn man so gar keinen schaden drückt und der kampf zieht sich dann halt auch jetzt haben wir die chance hier schaden zu drücken wenn wir limit breaks kriegen dafür müssen wir aber die limit breaks kriegen ja zu spät gesehen dass er gar erst zorn insetzt so 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 dummes roulette gibt mir limit breaks was soll denn das ich wollte mal sicher gehen die stunde ist wieder rum richtig dann passt kurz von mir richtig auch gleich nach diesem kampf so Oh, komm schon, really? Ja, Disney ist jetzt nicht unbedingt das Limit, das ich haben wollte. Oh, tsch. Das war's für heute. 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 Okay. 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 das ist doch hier das girl who cried wolf phänomen und das ist nur ein bomber ist mir eh wurscht so ich verstehe echt nicht warum das die rang 8 missionen sind wenn ja die standard angriffe gegner hauen ordentlich rein mit ihren 1400 schaden so aber dafür sind die halt auch alle ziemlich schnell tot ok ja gut das stoppt das wird so unendlich lang gerade ich sehe schon worauf das hinausläuft habe ich irgendwas was mit dem stopp schützt ich kann auch immer ein zeusreif anlegen so machen wir das erst mal zeusreif so dann sind sie auch kein problem mehr da hatte ich gesehen dass meine tp auf 1 gesetzt habt was passiert mir auch nicht allzu oft sehr schön stoffen anstieg wup 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 ok ja gut meinetwegen sehr schön werden wir das so dass trieb wird gar kein mit glücklicherweise am aller wert ist vorbeigehen ok sehr schön wenn man dennoch da kommen wir auf den stopp zum glück töten die mich nicht einfach mit physischen angriffen das zum so jetzt nicht spielte mit mir ja wir haben immer noch nicht ganz verstanden wie sie an die äh wie sie diese gefährlichen ort findet noch ein sos natürlich meister der gegenstände was ist das ich bin ich brauche deine hilfe ja kennen wir schon glauben wir es eh eher nicht so wenn wir ehrlich sind okay okay ja 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 ich habe euch die letzten squads noch nicht lieben und da denn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und 10